Ganz egal, welches Projekt du mit deinem Raspberry Pi 5 umsetzen möchtest, in diesem Video zeige ich dir, wie du ihn zum Anfang einrichten kannst, um direkt loslegen zu können. Und zwar schauen wir uns das Ganze mit GNU Linux, aber auch Microsoft Windows an. Es funktioniert ähnlich unter macOS. Ich setze damit meinen beliebten Teil für Einsteiger fort. Hier habe ich das Ganze schon mal für das Vorgängermodell gemacht, den Raspberry Pi 4. Jetzt schauen wir uns das Ganze mit Fokus auf den neuen Fünfer an. Hier hat sich ja einiges getan, auch bei der Software. Du brauchst im Folgenden ein Raspberry Pi 5, dazu eine möglichst schnelle MicroSD-Speicherkarte mit mindestens 8 GB, besser 16 GB oder mehr an Speicherplatz. Zur Stromversorgung empfehle ich das offizielle USB-C-Netzteil, das man zum Raspberry Pi für weniger Euro dazukaufen kann. Bei anderen kann es zu Einschränkungen kommen, das habe ich hier in einem eigenen Beitrag mal gezeigt. Wenn dich das nicht interessiert, schau den gerne an. Für Einsteiger würde ich diese Experimente nicht empfehlen, denn das offizielle Netzteil, mit dem funktioniert alles. Dazu brauchst du einen Computer mit GNU Linux, Windows oder macOS. Der muss außerdem einen Speicherkartenleser haben, wo MicroSD-Karten entweder direkt reinpassen, oder aber die normalen, die größeren SD-Karten. Da haben viele MicroSD-Karten noch einen Adapter mit dabei, dass man auch solche Kartenleser verwenden kann. Wenn auf dem Raspberry Pi eine Desktop-Edition vom Raspberry Pi OS-Betriebssystem genutzt werden soll, also grafisch, dann braucht ihr auch Eingabegeräte, das heißt Bildschirm, Tastatur und Maus. Außerdem ein Adapter, weil Raspberry Pi nur Micro HDMI hat. In diesem Video gehe ich davon aus, dass du all diese Komponenten bereits hast. Falls nicht, schau dir gerne hier folgende Beiträge an. Und zwar einmal habe ich hier einen gemacht, wo ich zeige, was solltest du vor dem Kauf wissen, also was brauchst du alles, was macht Sinn. Wenn deine Wahl auf dem Raspberry Pi fix ist, dann findest du in diesem Beitrag noch ein paar Informationen, was du wissen solltest, unter anderem habe ich da mal aufgelistet, weiter unten, was das Ganze so kostet, mit welchen Kosten du rechnen musst und was man noch an Zubehör dazunehmen kann. Hier sieht man, dass du das Minimale, was du zwingend brauchst und hier noch weiteres Zubehör, das sinnvoll ist. Bei der Software solltest du wissen, dass der Raspberry Pi ein Ein-Platin-Computer ist und als solcher ist er ein vollwertiger PC wie dein Laptop oder Computer am Schreibtisch. Daher braucht er auch ein vollwertiges Betriebssystem. Mit Windows sieht es aber schlecht aus. Microsoft bietet Windows nur extrem eingeschränkt für Raspberry Pi an und auch nur für ältere Modelle. Die Desktop-Edition, wie manche sie vom Computer her kennen, die gibt es offiziell gar nicht. Das ist ein Bastelprojekt. Kurzum, das ist mal interessant zum Ausloten, was geht, was geht nicht. Zum produktiven Nutzen könnt ihr das vergessen. Der Raspberry Pi ist eine offene Plattform, auf der GNU-Linux dominiert. Das ist hier vor allem das Raspberry Pi OS, das offizielle Betriebssystem, das auf Debian basiert, also auch wieder hier GNU-Linux. Die Installation von diesem Betriebssystem erfolgt beim Raspberry Pi aber anders, als es viele von x86 PCs und Notebooks her kennen. Das liegt daran, dass es hier keine Standard-Firmware, also BIOS UEFI zum Beispiel, gibt. Damit dein Betriebssystem auf dem Pi funktioniert, braucht es ein Abbild, das speziell für dieses Gerät angepasst ist. Deswegen könnt ihr auch nur die verwenden, die für den Raspberry Pi 5 kompatibel sind und nicht welche für zum Beispiel den Vorgänger. Vor allem Einsteigern empfehle ich das Raspberry Pi OS. Es gibt zwar noch andere, allerdings ist das offiziell, das ist getestet, da funktioniert alles. Es gibt am wenigsten Probleme. Man kann später, wenn man erfahren hat, auch andere ausprobieren, aber für den Anfang ist es besser, das hier zu nehmen, wo man weiß, das funktioniert. Am einfachsten überspielst du das Betriebssystem, also das Raspberry Pi OS, auf deine Speicherkarte, indem du den offiziellen Raspberry Pi Imager benutzt. Den nimmt dir viel Arbeit ab. Den kann man sich hier entweder über die Paketverwaltung installieren für GNU-Linux. Wenn du Windows verwendest, gibt es hier einen Installer bei Windows, den kann man sich runterladen, installieren wie jede andere Software. Außerdem gibt es das hier auch für macOS, falls du bei Apple unterwegs bist. Egal welches Betriebssystem du nutzt, das sieht immer so oder so ähnlich aus, hat hier diese drei Knöpfe. Wir fangen hier vorne an, einmal das Modell auswählen. Da kann man draufklicken, ist jetzt auf Englisch, da wählt man den Raspberry Pi 5 aus. Das ist wichtig, weil nicht alle Betriebssysteme, wie ich eben schon erwähnt habe, mit jedem Modell kompatibel sind. Und wenn ihr hier eben das Modell auswählt, dann zeigt ihr euch jetzt hier im nächsten Schritt bei OS, Operating System, also Betriebssystem auswählen, nur die an, die auch kompatibel sind, sodass ihr hier keine installiert, die am Schluss gar nicht funktionieren. Ihr habt grundsätzlich die Wahl zwischen 32-Bit und 64-Bit. Das ist die Speicherbandbreite als wichtigster Unterschied. Mit 32-Bit könnt ihr bloß maximal 4 GB RAM pro Prozess verwenden. Bei 64-Bit ist es mehr. Bei älteren Pis mit wenig Ressourcen, mit wenig Speicher, kann man noch 32-Bit nehmen. Bei Raspberry Pi 5 habt ihr eben mindestens 4 GB einen Arbeitsspeicher. Da ist meistens 64-Bit sinnvoll, gerade weil es auch Software gibt, die zwar zu einem portiert wurde, aber nur in 64-Bit. Diesen Wechsel von 32 auf 64-Bit habe ich in zwei Beiträgen schon mal ausführlicher beschrieben. Einmal hier schon 2015 für x86, weil dort ist das schon seit vielen Jahren passiert. Und in diesem Beitrag, da geht es nochmal um das Raspberry Pi OS, also um den Raspberry Pi. Der hat ja auch diesen Wechsel noch vor gar nicht allzu langer Zeit vollzogen. Hier habe ich da das mal ein bisschen zusammengefasst. Wenn du dir hier unsicher bist, dann eben im Zweifel die 64-Bit-Edition beim Raspberry Pi 5. Jetzt musst du noch die Entscheidung treffen, möchtest du eine grafische Desktop-Umgebung. Das ist sinnvoll, wenn du am Raspberry Pi eben Bildschirm, Tastatur und Maus anschließen möchtest, um zum Beispiel zu surfen, mit dem zu arbeiten. Dann ist diese Edition hier auf der ersten Seite richtig. Da ist der Desktop dabei, steht hier Recommended. Es gibt aber auch noch eine Lite-Variante, die findet ihr unten bei Other. Und zwar hier Raspberry Pi ist Lite. Auch da wieder 64-Bit, weiter unten 32-Bit. Da ist der Unterschied, der hat keine grafische Desktop-Umgebung. Das braucht weniger Ressourcen und macht Sinn, wenn der zum Beispiel nur als Server dienen soll, wo ihr keine grafische Umgebung benötigt. Wenn ihr das hier auswählt, dann kriegt ihr eine Konsole. Sprich, wenn ein Bildschirm angeschlossen ist, seht ihr eine schwarz-weiße Textkonsole und könnt dort Textbefehle ausführen, wie man es vielleicht von SSH-Servern kennt, wenn man sich dort verbindet. Wer aufgepasst hat, merkt, hier gibt es noch eine Full-Variante. Das ist die Desktop-Edition mit zusätzlichen Programmen für zum Beispiel Dokumente, Tabellen, Präsentationen, also LibreOffice wäre das. Man kann diese ganzen Programme von Hand runterladen und ihr merkt, das Blatt, dieses Abbild, ziemlich auf. Hier waren es 2,7 GB, hier bloß 1,1. Deswegen würde ich das nicht empfehlen. Ich würde entweder das Lite nehmen oder hier das Ohne-Zusatz mit Desktop und dem notwendigsten Programm. Alles weitere kann man nachinstallieren. Ich nehme hier mal das mit der Desktop-Umgebung, klicke hier drauf, habe das jetzt ausgewählt. Im letzten Schritt müsst ihr gucken, dass die Speicherkarte im Speicherkartenleser eingelegt ist und der angeschlossen ist. Falls es ein externer ist, dann könnt ihr hier auf Karte wählen klicken. Die sollte jetzt hier erscheinen. Am besten schließt ihr alle USB-Sticks und externen Festplatten ab. Die würden hier auch auftauchen, damit ihr nicht das Falsche auswählt. Man kann auch von der Größe her gucken, meine Karte hat 4,7 GB, also passt das hier. Jetzt kommt hier so ein Weiter-Knopf. Wenn wir da drauf drücken, dann fragt er, möchten wir hier US-Anpassungen anwenden? Bei euch sind die zwei Knöpfe ausgegraut. Ich zeige jetzt mal eine Edition von einem Windows-Test-Bastel-Computer, wo ich das noch nie gemacht habe. Da kann man dann bloß sagen, Einstellungen bearbeiten oder nein. Der Hintergrund ist, man kann hier verschiedene Sachen voreinstellen. Zum Beispiel könnt ihr dem einen Rechnername geben, um später im Netzwerk bei SSH auf ihn zugreifen zu können. Ihr könnt WLAN-Zugangsdaten hinterlegen, wenn der sich nicht per Kabel verbinden soll. Man kann einen Benutzer-Account anlegen und noch so ein paar andere Sachen schauen wir uns mal kurz an. Wir klicken also hier auf Einstellungen bearbeiten. Jetzt gibt es hier oben verschiedene Reiter. Einmal den Host, den Rechnername. Da kann ich mir jetzt mal einen Benutzer anlegen. Den lege ich mal hier U-Labs an zum Beispiel. Könnte noch WLAN aktivieren, lasse ich jetzt mal weg. Auch die Sprache kann man gleich setzen. Gerade für Desktop-Editionen interessant, sonst kommt das ja per SSH. Beim Desktop ist das alles optional. Da könnt ihr das auch am Pi selber alles problemlos einstellen. Gerade für die Lite-Version will man aber ja meistens keinen Bildschirm anschließen, auch keine Tastatur und Maus. Dann macht es Sinn, hier alles schon voreinzustellen. Auch der Reiter Dienste ist da interessant. Da kann man nämlich SSH aktivieren. Es gibt hier die Auswahl zwischen Passwort und Public Key. Mit Public Key sind SSH-Schlüssel gemeint. Das macht Sinn. Nutze ich auch. Allerdings für Einsteiger ist das zu überfordernd, weil man dafür SSH verstehen muss. Ich würde Einsteigern empfehlen, macht das per Passwort. Und wenn ihr vertraut, damit nur Linux und SSH seid, dann könnt ihr später jederzeit auch SSH-Schlüssel umstellen, wenn ihr die auch versteht. Wenn ihr jetzt Speichern drückt, wird das auf eurem PC zwischengespeichert. Jetzt könnt ihr im letzten Schritt mit allen Knöpfen zur Auswahl nochmal sagen, ich möchte jetzt diese Einstellungen anwenden, was wir gerade festgelegt haben. Oder auch nicht. Wenn ich Nein drücke, ist gar nichts vorkonfiguriert. Das geht auch. Zum Abschluss noch einmal bestätigen, dass hier auf der Karte alles gelöscht wird. Also sollte nichts mehr Wichtiges, Ungesichertes drauf sein. Jetzt lädt er sich das Abbild herunter. Er entpackt es. Schlussendlich wird es auf die Karte geschrieben. Wenn alles glatt gelaufen ist, kommt hier Schreiben erfolgreich. Ab jetzt braucht ihr den Imager nicht mehr. Ihr könnt hier dann schließen. Die Karte entnehmen. Jetzt wird die in den Raspberry Pi eingesteckt. Der erste Start vom Raspberry Pi 5 dauert etwas länger, weil hier ein paar Einrichtungssachen vorgenommen werden. Das WLAN wird zum Beispiel aktiviert. Der tut auch die Speicherkarte automatisch vergrößern, um den ganzen Platz zu nutzen. Nach kurzer Wartezeit sollte entweder der Desktop erscheinen bei der grafischen Variante oder aber bei der Lite-Version. Dann eben die Konsole. In dem Fall könnt ihr per SSH euch drauf verbinden. Unter GNU Linux und auch neueren Windows-Editionen. Einfach mit der Konsole unter Windows Terminal oder CMD. Dann gebt ihr ein SSH. Das ist der SSH-Client, also ein Befehl. Dann kommt ein Leerzeichen, jetzt der Benutzername, den ihr eben beim Vorkonfiguren eingegeben habt. Ein Add-Zeichen, jetzt der Rechnername, der Hostname. Das reicht schon. Beim ersten Mal müsst ihr bestätigen, dass ihr diesem Fingerabdruck von dem System vertraut. Also mit Yes. Und schon seid ihr verbunden. Könnt jetzt Befehle per SSH ausführen. Den Windows-Nutzern würde ich auf Dauer MOBA X-Term empfehlen. Der SSH-Client hat mehr Funktionen, zum Beispiel Reiter und kann dann hier auch ein paar Einstellungen noch zusätzlich hinzufügen. Das macht Sinn, wenn man gerade mehrere Systeme hat. Den würde ich mir mal anschauen an eurer Stelle. Aber ich sage mal, für den Anfang reicht das Windows-Terminal aus. Das ist ja mittlerweile auch gar nicht mehr so schlecht. Nach vielen Jahrzehnten hat Microsoft das mal in Richtung Linux-Niveau gebracht. Habe ich hier auch schon mal vorgestellt. Das neue Windows-Terminal, das hat zum Beispiel jetzt auch Reiter. Kommt noch nicht an Linux heran und auch nicht an MOBA X-Term. Doch ist es schon mal deutlich weniger schlecht. So für einen einzelnen Pi oder für wenige Geräte kann man da schon am Anfang mit einsteigen. Damit herzlichen Glückwunsch. Du hast nämlich jetzt einen grundlegend eingerichteten Raspberry Pi mit dem Raspberry Pi als Betriebssystem. Und damit den ersten Einstieg geschafft, um jetzt mit dem System arbeiten zu können. Und dort auch Neues zu lernen. Was man erst damit machen kann, das wird den Rahmen dieses Videos hier deutlich, deutlich sprengen. Ich habe hier schon einige Beiträge auf U-Labs. Die gibt es in Text und Video, die man sich da angucken oder durchlesen kann. Zum Beispiel hier sehr sinnvoll für Einsteiger. Wie kannst du neue Software installieren? Wenn du jetzt sagst, ich möchte ein neues Programm haben. Habe ich hier schon mal gezeigt. Aus der Paketverwaltung. Auch eine Webseite zum Beispiel kann man hier betreiben. Ein fertiges CMS, aber auch was Selbstentwickeltes. Das ist alles problemlos möglich. Gerade durch das offene Linux-Ökosystem kann man da problemlos auf sehr vieles zurückgreifen. Mit Raspberry Confi gibt es auch ein Werkzeug, wo alle Einstellungen oder fast alle Einstellungen gebündelt sind. Auch das empfehle ich dir mal anzugucken. Da wirst du früher oder später drauf stoßen. Wenn es mehr in Richtung Serverdienste geht, dann ist Docker oder allgemein die Containertechnik sehr interessant. Da habe ich schon mal hier das ausführlich erklärt. Was sind die Vorteile? Und es gibt auch weitere Teile von dieser Reihe. Hier zum Beispiel, wo ich euch das in der Theorie erstmal erkläre. Wie funktioniert das? Was soll man da wissen? Was sind die Vorteile? Aber auch weiter unten dann der Praxisteil, wo das Ganze installieren, einrichten und mal gucken, wie funktioniert das so auf dem Raspberry Pi. Kann man ganz gut nutzen. Nutze ich auch selber schon seit mehreren Jahren. Ein praktisches Beispiel, damit es nicht nur so theoretisch bleibt, habe ich hier mal mit einem Minecraft-Server gemacht, den wir selber dockerisieren, also mit einem eigenen Docker-File in Docker laufen lassen. Dann habe ich noch weitere so Einstiegsartikel und Videos, zum Beispiel hier Bearbeiten von Dateien. Das braucht ihr regelmäßig, wenn ihr dort was einrichtet und installiert. Hier mal vier verschiedene Wege, wie man das alles machen kann. Auch das ist ja zu empfehlen für Einsteiger, die da ein bisschen noch ratlos sind bei sowas. Um das breite Spektrum aufzuzeigen, noch zum Abschluss ein bisschen Elektronik. Ihr habt ja diese GPIO-Leiste, wo ihr sehr viel mitmachen könnt. Hier habe ich das mal so ein bisschen versucht, grundlegend zu erklären. Was ist die, was kann die, was macht man damit, wie funktioniert das Ganze, um eben hier so ein bisschen den Einstieg zu erleichtern. Plus ein paar Grundlagen, also was braucht man so für den Einstieg, wenn man da basteln möchte. Solche Breakout-Boards zum Experimentieren zum Beispiel, die Kabel und so weiter. Oder? Das ist eine gute Idee, wenn ihr da interessiert seid. Und als nächsten Teil eine kleine praktische Aufgabe, nämlich einfach mal eine LED blinken lassen. Auch das ist bloß ein Auszug. Wie gesagt, schaut da gerne mal rein. Da ist bestimmt auch ein Projekt für dich dabei oder eben weitere Informationen für den Einstieg. Du bist jetzt vorbereitet, du kannst loslegen. Egal, was du mit dem Asperpile machen möchtest, ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Projekten. Bei Fragen kannst du gerne auf uLabs.de schauen und im Forum die Stellen. Viel Spaß und Erfolg mit dem Raspberry Pi 5. Tschüss, bis zum nächsten Mal.